Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unterwegs mit Memo. Heute sind wir wieder mit Dominik am Start. Das heißt wir gehen wieder um Feld sondeln. Ich Idiot, habe natürlich die Kamera nicht schon aktiv gehabt, war wieder so heiß, bin gelaufen und habe schon einen schönen Pfund. Dominik, halt mal. Guckt euch das mal an. Leider ist es hier abgebrochen, sonst wäre das ein richtig richtig fettes Kreuz gewesen. Aber wie gesagt hier oben, das ist abgebrochen. Ja somit habe ich aber zumindest den ersten guten Pfund für mich schon im Sack. Und jetzt gucken wir mal, dass noch was geht. Wenn ihr Bock habt, wie immer, bleibt da dran. Ansonsten wünsche ich alles alles Gute draußen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim ersten Pfund. Here we go. So, hier haben wir das erste Signal. Hier, Eisen. Also nichts weltbewegendes. In die Tasche rein und weiter bis zum nächsten Pfund. 83er Signal. Ganz fast. Ja. anger Mann. war…… WDRw Schrott leider und weiter geht es bis zum nächsten Regen Patrone, Patronenhülse so nächstes Signal der müsste hier drin sein da ist eine Münze eine Münze na schaut euch das doch mal an dummer bis zum nächsten Mal und dann wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also hier Reib nicht zu viel, weil die sind noch sehr sensibel Ja So, da ist er Und weiter bis zum nächsten Fund Hier haben wir es doch schon Oh, das könnte vom Löffel Vom Besteck, sagen wir mal so, nicht vom Löffel Vom Besteck Weißt du, hier hinten Ende vom Löffel Jo, und weiter geht's, bis zum nächsten Fund Scheiße, ich glaube, das war ein Stückchen, hätte viel sein können Guck mal du mir hin Ich weiß, was das war Was war das? Jesus Christus, aber nur der Unterleib Jetzt stimmt Boah Scheiße Leute Er ging aufm Acker und fand Jesus Zumindest zur Hälfte Ja Und weiter bis zum nächsten Fund Da muss er noch einer haben Ja Da Ist nicht Jo Ey, der Junge da Das ist mal kein Silber Komm, 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 machen wir Das ist hier unten Ja Ja Ne, der ist schon zu platt, Digga Zeig mal, vielleicht kann ich das mal sein können Von der Form her sieht die so aus, geil, aus dem 16. Jahrhundert Ist die platt, Digga Die ist voll platt, ja Naja 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 Ja Vielleicht, aber ich denke, da kriege ich nichts mehr raus Die ist so platt Ja, aber eine Münze Auf, bis zum nächsten Fund Das war eine Münze Guck, guck Dominik Da war die Münze drinnen Haha, wie geil Du fandest auf Druck Ja, das ist eine alte Blombe Weiter geht Ja, wenn es euch gefallen hat Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen da Ich freue mich Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Wenn es heißt Unterwegs mit Nino Ciao 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 Ciao